Ja. Ja, das geht. Du, Mama ist sofort fertig. Das Wetter hat uns jetzt gemacht. Wir müssen alle digital sein. Man kann auch nicht mehr ohne leben. Du, das ist schrecklich. Und es ist ja auch kein Wunder, wir haben so viel Arbeitlosigkeit. Ich war irgendwann beim Amt. Ich wurde bezahlt. An der Kasse. Ja, es gibt keine Kasse mehr. Du musst ihm ein Automat bezahlen. Ach so. Und deine Rechnung drücken beim Rathaus. So, und dann normalerweise arbeiten wir dann auch die Leute, die Sekretärin machen. Und jetzt diese Sekretärin muss arbeitlos gehen, weil die Automat macht alles. Ja, das ist leider so. Aber die Automaten werden nicht krank, ne? Ja. Nehmen keinen Urlaub. Ja, genau. Ja, ja. Ja, ich liebe diese Folgen. Oh Gott, lass es, dass es auch so bleibt. Ich hoffe auch, dass es nicht traumhaft schön. Und deine Haut kann Farbe saugen. Ich trinke dir meine Farbe. Das ist Farbe vor zwei Gesicht. Das ist Wahnsinn. Und wenn sie bleibt, habe ich auch kein Problem. Er saugt, aber spuckt wieder aus. Aber wenn ich schon gucke, meine Webseite ist jetzt doch über alle Nummer eins. Echt? Ja, wenn man permanent Make-up-Schulung. Ach so, ja. Du kannst direkt suchen. Oder Training oder Dings. Also steht hier jetzt. Habe ich mehr Chancen. Mhm. Mehr Anrufe zu bekommen. Und nur noch besser werden. Ist mir egal mit den Rezeptionen. Ich gehöre nicht dazu. So, guckst du, ob es gibt was noch gemacht werden, was ich nicht brauche. Oh ja. Lassen wir mal. Lassen wir mal an. 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 Nicht drücken. Nicht drücken. Oh, das ist traumhaft. Oh, bitte, bitte. Das muss so bleiben. Das ist schön aus. Ich habe aber für eine Türkin wenig Haare, ne? An den Augenbrauen. Äh, an den, ähm. Ja, Augenbrauen. Ich glaube, du hast früh angefangen zu zupfen. Ja. Ne? Kann passieren. Aber ich habe auch Wimpern sind so wenig, ne? Ne. Normalerweise sind doch Türkschwimpern so, oder? Komischerweise, deine Wimpern sind hell. Die sind gar nicht so dunkel, ne? Ne. Ja. Aber auch nicht so. Zum Beispiel, morgen jetzt müssen wir das färben. Echt? Mhm. Wir färben, dass, dass es dann auch sich harmonisiert mit den Wimpern. Meineswegen kann wir auch braune Farbe, äh, Farbe machen, nehmen, aber... Besser schwarz. Schwarz ist besser. Schwarz ist besser. Ja. Schöner Ausdruck zu bringen. Aber ich habe mir einmal die Wimpern färben lassen und dann habe ich eine Entzündung am Auge bekommen. Ne, bei mir nicht. Äh, habe...